... ... ... Zu fein stand.- Und da hab ich überhaupt nicht! Ja, super! Hahahaha! Cully da! Cully, was geht, alter? Was war das denn jetzt? Jihihi- Das gibt's doch nicht, ey! Wie war das mit vom Haken- Das kann doch nicht sein! Voll geil! Das ist doch scheiße. Ich finde das Spiel doof. Ach, leck mich doch am Arsch, Alter. Tobi! Tobi! Metzelfest! Das ist ein geiles Spiel, das gefällt mir gut. Da sollen wir euch doch so spielen. Was? Echt Pech, ne? Also Pech vom Teil. Das kann doch gar nicht sein, Alter. Was ist denn hier los, Tobi? Warum machst du denn sowas? Das kann doch gar nicht sein, Alter. Der Junge, ne? Oh nein. Wir würden öfter mal aufrufen zu spenden. Das ist völlig okay. Das Ding ist einfach... Es ist hier. Wow. Du hast wirklich berührt. Eigentlich bin ich so, aber ich habe... Schön, schön. Die ist wie berührt, ich verstehe. Wird eigentlich geil. Ich habe alles erreicht, was ich heute erreichen wollte. Jetzt schauen. Guck mal, das bei 470 Euro schon. Oh. Ach, krass. Nur weil du uns zum Spenden aufgerufen hast. Kannst du das nochmal kurz machen, vielleicht? Oh, krass. Oh, krass. Das ist irre. Ich kann so ganz YouTube Deutschland fertig gemacht. Was? Was? Ne, das ist meine Adresse, damit ich wieder nach Hause finde. Ja, ja. Ähm. Witzige Geschichte. Witzige Geschichte. Thorsten von GetShirts. Thorsten von GetShirts, ne? Hat noch vorher extra geschrieben. Ja, pass auf. Gar kein Problem. Wir haben die Server-Infrastruktur. Das 50-fache. Das 50-fache an Serverkraft haben sie jetzt gestaltet. Und der Shop ist trotzdem da und vielen Dank dafür. Ein großer Erfolg. Guck! 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 Jaaa! Guck! Großartig! Blöder! Alles blöder! Alles blöder! Schau mal aus. Ja nice. So, wer sich darüber freut? Tierschutz. Witzige Geschwister. Also, die Hunde! Ich dachte, das ist der Mitzel. Da ist der Mitzel. Der Mitzelweiß ist. Da ist unser kleiner geheim extra special Kandidat mit dabei. Ich hoffe das ist okay. Ja, selbstverständlich. Wenn die jetzt rückwärten nochmal rausschmeißen. Wenn die jetzt rückwärten nochmal rausschmeißen. Sorry. Aber wie gesagt, die drei Sachen werden nochmal ordentlich vorgestellt im Laufe der Sendung. Apropos Sendung, also dieser Livestream. Weiß irgendjemand was passiert? 20.000! Ah! 20.000! In 8-Minuten! Alter! Ich lese ab und zu mal ein paar Namen vor. Ich hoffe das ist okay. Ja bitte. Das bin ich ja gewohnt von Freitags. Ja. Da kommen so viele Namen vor. Flosem, auch den Flosem. Vielen, vielen Dank. Wir. Und? Gibt doch so schnell Nasen-Bnoten. Warrior. Ich hab halt ein Handy dabei. Erokesel. Seraphine. Panka. Bresus. Toter Indianer. Juliana. Ah, das war Shaken? Ja, das war Shaken. Ja, das ist auch so ein Zeichen oder was ihr? Ich dachte, komm, ne. Nicht so dumm. Ich hab nicht Angst. Ja, ich hab Shake gesagt. Ja, man schickt doch auch beim Tanzen. Shake your ass. Mr. Morgan. Ja. Was? Ne. Ich war ein Hähnchen-Eimer. Hallo! Oh. 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 Der Wackel. Aspuppel halt. Ach du isse. Ja, okay. Okay. Ich hab auch ne schwarze Socken. Wenn jemand ne Füße zeigt, gehen spenden wieder runter. Das will ja keiner. So. Schlagen. Null. Ui. Warten los. Ach so. Zombie. Der Haider. Verletzung, Unfall. Holschwein. Bambus, der gibt doch noch. Danke, Penis. Für den Zauberer. Für den vollen Spaß. Pandabären mögen Bambus. Wie krass jetzt. Davon machen wir ein Video und das wird dann einfach auf den Kanälen hochgeladen. Hättest mich hier berührt. Ich hab gehört, ab 70k bist du auch mal dran. Du hast fast den Hut getreten. George, der aus dem Dschungel kam. Alter. Und deswegen solltet ihr jetzt spenden. Damit ich für Pfoten e.V. solche süßen Hunde retten kann. Damit die nicht mehr verharrte Wesen sehen müssen. Wir müssen einfach noch auf den Hund groß machen. Der macht einen Kunststück. Das war super süß. Echt? Der macht einen Kunststück. Oh, der macht einen Kunststück. Ja, genau. Live. Was macht ihr da? Nee, nee. Wir sind verwirrt. Ach du Schande. Es ist so wunderschön. Und jetzt geht's weiter. Mit Kronk. Das ist ja so schlimm. Wir machen's zusammen. Jeder Satz ist hier einfach nur unendlich verstörend. Ja, aber es ist so witzig. Ich hab jetzt extra das Bein so gehoben, damit man nix sieht. Das ist gar nicht mein Bein. Ich hab eine Kniescheibe im Penis. Du hast da aber ein großes Handy in deiner Hose. Das hat auch WLAN. Kannst du mal drauf tippen? Jedenfalls, ja. So. Wir färben jetzt die Haare blond. Das wird ein bisschen dauern. Und ich bin dafür, dass Jay heute den ganzen Abend so rumläuft und dann heute Abend, wenn er nach Hause fährt, in eine Polizeikontrolle gerät. Das wär schön. In eine politisch korrekte Polizeikontrolle. Ich schlafe aber heute im Hotel. Aber ich schlafe in einem Doppelzimmer. In wessen Zimmer denn? Ich hab noch ein Bett frei. Ich hab kein Zimmer gemietet, aber ich schlafe auf jeden Fall im Hotel. Ich schlüpfe so gerne in eine Rolle. Ich hab mich wie ein wahres Model gefühlt. Dann stell dich mal in den Bahnhof, was du für dich dann fühlst. Ja, eine Armlänge Abstand. Er ist ein Model und er sieht gut aus. Bist du eigentlich Pre-Op oder Post-Op? Pre-Op oder Post-Op? Ja, ne? Was? Ist das egal. Pre-Op oder Post-Op? Was, wenn ich Op bin? Süß Op. Ich bin süß Op meiner eigenen Mailbox. Heute bin ich Pro-Op. Pro-Op auch noch? Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hallo, ich bin Kron. Äh, Minecraft, äh, äh, äh. Technik bist du es? Oh wei, oh wei, oh wei. Was mach ich denn jetzt mit dem Loli? Solange es oben ist. Ah, 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 ah. Der wird unten eingesogen und oben spucke ich den Stiel wieder aus. Peter, was ist los? Achso. Peter freut sich. Wolltest du noch aufessen oder was? Was? Wieso? Lolli ist doch gut. Hast du denn auch so einen richtigen Busch? David Hasselhoff-Flocati habe ich ja so ein Perser. So ein Austin Powers. Bin ich jetzt eigentlich ein Frauenschläger? Aua! Wie so eine Handpuppe. Aua! Gut, dass wir nicht in Japan sind. Die würden jetzt alle hinter mir rennen, glaube ich. Das war schon ganz schön böse. Ist das schön. So ein kleines Schlumpf vor Schmecken stecken. Ach was! Voll geil. Krass. Alter. Nice. Meinst du, wir würden wirklich mehr Views haben und dann auch auf unserem Kanal? Nein. Wenn wir das jetzt immer so machen würden? Ich habe zwei für drei. Ich glaube, die Welt ist noch nicht bereit. Jeden Freitag, Gronkine. Boah geil. Gigi. Ja, ich bin Gigi. Gigi, ey. Da müsste man aber auf Juden Haus schweben. Und nicht mehr auf dem Twitch. Hier ist mein Kind da rausweißen. Ich darf schon schweben. Oh Gott. So Juden, hier ist Fischkorb und tanzt für euch. 20 Minuten tanzt er jetzt für euch. 20 echt beschissene Minuten tanzt er jetzt für euch. Oh. Bande, die jetzt hoffentlich alle vor dem Bildschirm hocken und zugucken. Und spenden. Oh. Oh. Ja, genau. So. Wir haben jetzt. Ja. 21 Uhr. 2 Minuten vor Halbzeit. 2 Minuten vor Halbzeit. 2 Minuten vor Halbzeit. Und wir haben einen 6-stelligen Betrag mittlerweile erwirtschaftet. Nee! Wir haben gerade die 100.000. Nee! Wir haben gerade die 100.000. Boah! 467 Euro liegt in, wie gesagt, 50.000. Was dieses Jahr, ich habe keine Ahnung. Ich habe echt Angst vor das Ding. Ich habe echt Angst vor das Ding. 120.000 Fischi? Boah! Weil das einfach über allemaßen, über allemaßen alles weg springt. Also Getschurz hat es weggesprengt, es hat Rocket weggesprengt. Störe ich euch gerade ein bisschen mit dem Gedanken? Ich mache überhaupt nichts. Ach so. Ich sitze hier zwischen Mr. Aschlass und dem Typen, der mir die Hand ab. Ja, man würde mir immer so neben mir sitzen. Ich weiß auch nicht. So 100.000 von den Zuschauern. Und das ist so krass, alle. Okay. Hey, hey, hey. Schnauze kommen. Was maupariger Mann, ja? Alter. Darf man das schon zeigen? Ich glaube nicht. Wir melden uns in 50.000 Euro. Wir müssen aber weg. Es wird jetzt nicht woanders hingeschaltet, wir bleiben hier. Ja, wir bleiben hier, genau. Ach so. Ja, aber ganz ehrlich, ist das eigentlich ein bisschen unrealistisch, Engel kaputt zu machen mit Autos, also mit irdischen Gütern? Gut, das ist also der Grad an Unrealismus, den wir anprangern. Ja, also ich meine, Unrealismus nur anprangern, wenn ein Universum hinsichtlich schlüssig ist. Aber ist die Menschheit ausgelöscht, oder ist sie jetzt gerade? Hoffentlich ist sie nicht ausgelöscht, aber in fünf Minuten, circa. Aber warte ab. Alles klar, okay. Ja, kein Problem. Aber warte ab. Die Zeit nehme ich mir nicht. Aber ist die Menschheit ausgelöscht? Aber dann muss ich noch Milch holen. Ja, ich will nichts verraten. Hallo? Ihr Telekom geht nicht. Ihr Telekom geht nicht. Ihr Telekom geht nicht. Steffi redet gerade. Entschuldigung. Was ist denn? Wie viele Männer haben das heute gleich an deinem Tennis gewesen? Und was willst du machen? So. Ja, das sind die Haare momentan, statt der Dinge. Der Scheiße. Die 80.000 müssen wir erstmal nochmal erreichen. Also bitte jetzt nochmal, wir sind bei 105, es fehlen noch 80.000. Nein. Entschuldigung. Seit du eine Blondine bist, bist du echt 30 geworden. Was ich schon sagen. Lass mich doch. Ich zähl wie ich will. Lass da was. Der braucht ein bisschen Frischluft. Ich spür jetzt ein ganz tolles Spiel. Da hinten. Okay, warte ab. Ich habe einen Spitz. Ich warte das, was ich schon tun will. چene. Scheiße. Du musst mich aber nicht anders sagen. Birthday. Die ist doch gut. Die kann man doch essen. Die kann man doch essen. Ich habe das. Oh ja. Oh, das ist ein bisschen warm. Warum ich bin überrannt? Ich schwindel nicht vor Luft. Ja, guck mal, da kommt das aus der Hose raus. Nein. Ey, übel schon. Aber der ist gerade gewachsen. Ist das alles da gut für mich? Ja, eh doch. Nein, ist okay. Komm, gerade sauber. Jetzt willst du wieder schrecklich. Twitch-Bahn. Twitch-Bahn, Twitch-Bahn. Oh ja. Warte, ich habe einen genetischen Defekt an dem Bein. Das wirst du dann sehen. Das wäre super. Den werde ich gerade ziehen. Den werde ich dir gerade ziehen. Aber da dürzt ich wenig. Frank und Fischi übernehmen jetzt die Show bei 107.768 Euro. Ist das korrekt? Ja, klar, warum nicht? Das sind alles nur noch zwei. So ist es eben. Der Bildschirm ist zu weit weg. 86 steht da. Und um Sendezeit zu füllen, um Sendezeit zu füllen, lesen wir jetzt alle Donator vor. Jeden Einzelnen. Jeden Einzelnen. Viel Spaß. Alter. Ich bin ziemlich sicher, wenn du damit anfängst, dann ist das erst mal der Spendenstand nach unten gehen. Ist das schön zwischen so zwei stattlichen Männern zu sitzen? Ja, wenn dann der Achsel nicht wären, wäre alles gut. Alter, RIP-Uhr. 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 RIP-Clock. Oh, Heider wird zu Badoria. Warte kurz. Darf ich dir das rausnehmen? Ja, bitte. Mach mal bitte. Ich bin das so eklig, ja? Und 21.000. Nein. Nein. Ich möchte nicht an Erichs Gemächt riechen. Was? Das riecht auf Vanille. Was? Das riecht. Für 180 nimmst du den Mund. Das riecht auf Vanille. Ich? Ne, 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 ne. Du nimmst halt für 180 in den Mund. Ah, ist, äh. Wann endet Freddy Fire? Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, es ist 21.000. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, es ist 21.000. Was ist so eklig, ne? Alter, Jay, du bist doch durch einfach. Was willst du dazu noch sagen? Jetzt überleg mal, was denkst du, wie er um 3 Uhr ist? Ich, ja, oh Gott. Das ist so weit. Iiiiih, oh. Das ist so weit. Und jetzt ist es schön. Ey, Moment, ist das korrekt? Ne, so rum. Ey, guck mal, 120.000 nach Ziel, ist das richtig? Hast du schon ein Mikrofon? Hast du schon dein Mikrofon? Dann musst du dir das einmal ganz kurz holen. Ihr habt echt große Probleme, wisst ihr das eigentlich? Ist euch bewusst, oder? Gar nichts. Absolut. Überhaupt nichts. Hm. Ihr könntet, ihr beide, ihr könnt selbst neben Günther Jauch stehen, ja? Ab gar nichts sagen und ihr kommt komplett verunsichert, wenn ihr den normalen Abend oder da zum Glück ist. Einfach nur, weil ihr bei Werbemelonier im Publikum sitzt. Und ihr werdet einfach verstört. Und ihr könnt dann sagen, so irgendwas. Warum nicht? A Show sind wir noch mal? Was habe ich jetzt gemacht? Ist das schlimm? Ne, wieso? Ist das so furchtbar einfach. Es ist so furchtbar Slank. Es ist so unfassbar Slank. Jetzt habt ihr es gesehen. Jetzt habt ihr mich auch noch alle aus. Wir sind ein Arschloch. Ich komme nie wieder hierher zu eurem Laden. Also unfassbar mies gemacht. Ach, Quatsch. Ja, jetzt ist es so bescheuert. Alter, das war das Spendenziel. Du siehst jetzt aus wie dieser, wie der, wie der Typ von Brexit. Wie dieser Let's Player, der große, der sich die Haare gerade plantiert hat. Nein, wie der Brexit-Typ. Keine Ahnung, wie der heißt. Ach, der ist aus wie Trump. Der ist aus wie Trump, dieser komische Brexit-Typ. Du siehst aus wie der Brexit-Typ. Ganz ehrlich, ich glaube, du kannst nur gewinnen dadurch. Ach so. Vielleicht war das ja mein Plan. Das ist einfach nur. Du kannst nur gewinnen. Vielleicht war das ja mein Plan. Nein, aber ich glaube, du würdest ein bisschen Bruce Willis-Qualität an den Tag legen. Und 126.000 Euro. Vielen, vielen Dank. Ach so, klar. Dann ist das ja passiert. Ja, weißt du, das ist jetzt weggegangen. Wir sind wie Bill Gates. Die Zuschauer sitzen da gerade irgendwie. So macht die ganze Zeit den hier. Ich hoste euch jetzt auch live. Da unten ist der Chat. Oh Gott, ist das schlimm. So, jetzt geht es los. Und deswegen spielen wir auch kein 6 gegen 6, sondern 9 gegen 3. Ohne PC. Dann würden wir 11 gegen 3 spielen. Nice. Und verlieren. Wahrscheinlich schon. 5 gegen Willi kenne ich aber. 9 gegen 3 ist mir neu. Wieso spielt sich eigentlich alles in der Nähe von deinem Penis irgendwie ab? Das ist Gravitation, mein Lieber. Alles klar. Okay. Sind wir da. Nähe mir Gravitation. Jetzt habe ich dich schön irritiert. Schön rausgebracht. Ich habe ein schöner Sprung. Wie gesagt, Friendly Fall 2 ansonsten drauf. Wir haben ansonsten noch mit Rocket eine kleine Vereinbarung. Wie gesagt, wie immer. Aber bei der ganzen Geschichte hier fühlt euch zu nichts verpflichtet. Trotzdem sind wir natürlich dankbar für jeden einzelnen Euro. Doch, der wird euch verpflichtet. Wirklich. Geht jetzt sofort an euren Spaßwein, was ihr für eure Kinder angelegt habt. Ich wollte ganz kurz eine Sache, wollte ich gerade nochmal ganz kurz ansprechen. Sehr froh drum. Ich bin sehr dankbar. Ich meine, Alter, sofort sind die 150.000. Aber die 150.000. Zwei Minuten noch, zwei um zwölf. Also, wenn das was gibt, Respekt. Also, wenn es zwei um zwölf was gibt, ganz ehrlich, dann. Ich wollte gerade sagen, dann fress ich den Hut. Aber das sollte ich vielleicht nicht vorschlagen. Dieser Schlingel da. Der hat auf meinen wunderschönen Haaren getrommelt. Alles gut. PayPal hat es schon wieder wegen Geldwäsche angeschrieben. Ja? Echt? PayPal? Hallo? Aber es kann weitergespendet werden. Okay, ja klar. Natürlich PayPal. Ja, nee. Spendet die Gruppe, die du... 0,0,0,0. Nein, 51.000. Das geht gerade hoch. Alter. Es ist down. PayPal ist down. Wir haben PayPal abgeschossen. Wir haben PayPal abgeschossen. Abgesprochen? Oh mein Gott. Ja, die Community hat sich abgesprochen. Aber jetzt PayPal da. Wir haben gerade die 150.000 durch. Jetzt sind es 151,4. Und die fucking Spendenseite ist down. Ja. Nicht so schlecht. War ein normaler Freitagsschreep. Ja. So sieht das noch bei dir auch immer aus, ihr Rägt. Mensch. Alter, Finne. Voll nice. Die Soldaten gehen da gar nicht raus. Du musst das wie Schamhaare rasieren. Ich glaube, du musst vorne anfangen. Ja. So. So lang. Hm? Was ist das denn? Da ist ja Haut drunter. Oh, das ist aber ganz schön kurz. Hui. Ich würde wirklich auf 3 mal. Fischko, hol mal deinen Penis raus. Wir müssen mal vergleichen. Wow. Oh, das ist schon ein 2.000. Weniger. Piu, piu, piu. Was machen wir? Mr. Ohrgame. Nimmst du auch. Kann ich mal runter machen im Kopf? Ja, dankeschön. So, Freunde. Und da oben ist schon ein kleiner Mund, der sagt, töte mich. Was ist denn Scheiße? Was möchtest du denn? Leg ich mal nach vorne, Fischiboy? Da Hose. Ja, genau so. Sprengen mit Hilfestellung. Ich helfe euch. 100 Meter Musst kraulen. Willst du hier? Ich halte hier fest und dann kannst du hier einmal am Randlack gehen. Hier so. Kannst du auch mal zu mir. Das hat Gott so nicht gewollt. Eier. Was ist denn mit, was ist das hier für Arschlachraber? Ja, coole Info. Rapunzel, Rapunzel, lass eine Wurst herunter oder was? Ich wollte gerade extra Krümel dran, zum besser daran festhalten. Nee, ein bisschen kräuseln oder? Machst du Homa oder was? Oh Gott. Was hat er gemacht? Wolltest du eigentlich alle Arme weghaben oder nur obendrauf? Was hat er gemacht? Oh Gott, das ist so eine gute Idee. Ich weiß, dass du vorhast. Was hat er gemacht? Oh nein. Oh nein. Erik. Cringe. Was macht er? Was denn? Ich bin so gespannt, ey. Also. Soll ich aufhören? Drehe mich mal zur Seite. Okay, dann lassen wir das. Ich will's sehen. Ich seh's gerade. Oh, geil. Das ist voll gut. Oh, geil. Alter. Bruder Tag. Bruder Tag, ja. Bruder, fuck. So ein Haken raus, dann weglaufen. Hier einfach weiter den Streifen so rein und hier so ein Streifen rum. Ja, tut mich aus. Ich kann Super-Judo, weiß ich auch. Super-Judo, was ist das denn? Du kennst es nicht, ne? Du hast auch zufällig Jura studiert. So, das hier gefällt mir sehr gut. Alter, das ist Hack-Spoiler, Juri. Das ist Hack-Spoiler. Bist schneller. Ja, natürlich. Schwindigkeitsstreifen in Zeit machen. Äh, danke. Fuffi bist du? Fuffi. Fuffi, Alter. Boris, subscribe. Neun Monate in a row. Vorne, vorne. Erik, Erik, hier vorne. Hier vorne. Unterherren haben wir auch. Seht ihr das? Ja, okay. Weinst du gerade? Nein, ich freu mich gerade sehr. Ich glaub, endlich. Ich hab gerade Ziele. Trology natürlich. Ja, geil, Alter. Lass das so. Warte, warte. Das sieht mega aus. Damit fährst du 20 kmh schneller. Hat sich alles gelohnt. Das hat sich alles gelohnt. Was ist denn? Geil. Ach, schön. Das ist einfach geil. Bis zum Orgames-Frisur ist auch fertig. Warum lachen denn alle? Die restlichen Haaren sind sich geklebt. Aber du musst doch reden dabei. Alter. Alter, Chewbacca. Chewbacca hat die Brille verloren. Das sieht mega fest aus. Ich find das voll geil. Ich find das voll geil. Das ist der Techno-Opa. Du hast Flügeltüren wie ein DeLorean. Wenn wir ihn jetzt mit 88 Minuten pro Stunde mit dem Stuhl schieben. Smack my bitch up. Smack my bitch up. Das Ding ist abgefahren. Jetzt krieg ich die ganzen Haare überall rein. Wollen wir alle drauf und schreien? Wollen wir das dann auch noch bei Anyway versteigern? Hier, das ist dein Andenken. Danke schön. Was kommt bei dem Fügel? Guck mal, das ist so ausschließlich. Einfach mehrere. Wie mehrere ist das? Boah, mehrere gleichzeitig jetzt. Wollen wir auch Oberschenkel probieren? Das wäre eine ganz andere Gefühl. Oh, meine Haare. Au! Au! Guck mal, wie wir Fluchen da drauf gekommen sind. Das ist Blut. Das Blut. Dann ist das Wachs hier. Ja, das ist das Wachs hier. Au! Rauf! Das sieht doch aus wie bei Fischkopp unten oben. Das ist doch schön. Du bist an der Seite noch ein Spiel. Nein, ich schreibe das immer noch, glaube ich. Das tut immer noch weh. Jetzt legen wir das hier hin. Werden willst du? Ja, wer ist potenziell... Ah! Ich war doch gerade... Lass da, lass da, lass da, lass da. Boah. Deswegen, wir treffen uns einfach nächste Woche. Voll gerne, wenn man so einen Finger nehmen, wenn man selbst so über sein Oberlippenbärchen streikt. Boah! Und dann dran ziehen. Das würde ich aber auch ganz gerne probieren bei MeinBard. Ohne den Wort. Nee, das... Boah, nee, macht auch gar keinen Fall. Ja... Oh shit! Aua! Aua! Ich dachte, Haut kommt so mit ab. Aber das kann man ja noch mal verwenden, was hier ist gut ist. Das macht man einfach noch mal. Ist ja alles gut. Wir sind halt sehr fest. Und drei, zwei, eins. Ne, wir laden noch kurz. Alter! Au! 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 Oh, die geht voll weg! Oh, die geht voll weg! Volle Mustache einfach! Wir kriegen es einfach alles nicht hin. Wir haben zu wenig Sendezeit. Zwölf Stunden reichen einfach nicht. Und das hätte ich niemals gedacht tatsächlich. Zwölf Stunden wirken, das habe ich bei Ihnen auch schon mal gesagt. Zwölf Stunden wirken immer so wie ein Brocken, wenn du davor stehst. Oh Gott, wie kriegen wir das alles um? Und dann, ach ja, scheiße, wir haben noch 45 Minuten. Ja, genau. Aber das dauert, da muss man eine Stunde einplanen. Was? Ich weiß ja nicht, was du zum Antrieb brauchst dann. Ja, aber der Weg ist das Ziel, lieber Peter. Bestimmt allerdings, aber wenn ich von so vielen netten Leuten umgeben bin, vor allen Dingen... Da geht das schnell, meinst du? Ja, Dirty Diana. Ja gut, da ist auch vorbei. Wenn ich allein schon an sie denke, dann wird es schon heftig. Da ist auch vorbei, da sieht ihr Haar gleich so aus. Ja, ich kann mir das noch gar nicht vorstellen, wie daraus jetzt graues Haar werden soll. Ja, geil. Ja. Hau ich mir eine Sonnenbrille und dann sing ich Schwarzbraun ist die Haselnuss. Ich komme langsam ins Alter, was? Aber das wächst sich schneller aus, glaube ich, als man denkt. Damals am Hüten. Vor 10 Minuten. Der Rude Sandstorm. Der Rude Sandstorm ist voll romantisch. Ja. Und dann... Die Vorstellung allein, wie wir da... Oh Gott. Ähm... Ich kenne da eine. Nee, das wäre aber... Das wäre unseren Videos nicht förderlich. Die ist aus Haarkäse geschnitzt. Schmeckt ein bisschen nach Anis. Besser als... Besser als... Ja, okay. Wo sind wir denn? Wie lange muss das jetzt noch einwirken? Das muss ich gucken. Der Döhler. Achso, das musst du checken. Ja, ist okay. Der hat einen Anis-Fetisch. Das wusstest du noch nicht? Nee. Der steht auf gebrauchten Anis. Schade. Entschuldigung, sind wir aber auch noch drauf? Oh ja. Ja, wir sind immer noch drauf. Ja, ich glaube, es gibt nichts anderes, wo man hinschalten kann. Entschuldigung. Ja, morgen bist du unten auch blond. Oh Gott. Ja, gefärbt vor allen Dingen. Das ist tatsächlich super ungewöhnlich. Das ist super ungewöhnlich. Sehr schwierig eigentlich. Oh, ich bin so dankbar. Ich bin so froh gewesen, dass wir... Also, ich bleib ja die Nacht hier, weil ich mittlerweile ja nicht mehr in Köln wohne, sondern weiter weg. Und ich bin in diesen Laden rein. Weißt du, Leute alle so grummlig, ja schon wieder einkaufen fürs Wochenende. Und ich bin da rein. Es war so schön. Es war echt so schön. Ja, warum nicht? 192. 192. 192. Ja, wo sollen wir denn hin? Ah, ihr wollt was spielen. Aber es ist auch, Alter. Oh Mann. Und da sind wir! Oh, nein. Was? Alter, Alter, Alter. Wir haben 200.000 gemacht? Hammerkrass. Ja. Das ist... Oha! 200.000 haben! 200.000 haben! Und wir haben dann noch drüber geredet. Wir sind jetzt schon irgendwo bei über 300.000 Euro. Das ist einfach fucking... Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Was? Alter, das ist einfach... Über... Über eine dritte Million! Das ist einfach... Über eine dritte Million! Das ist einfach... Es ist... Es ist... Es ist... Es wird romantisch! Ausgelaufene Hunde! Retten! Retten! Helfen! Ich bin... Ja, ich bin ein bisschen durch. Jetzt nehm ich ja... Ja, ich bin ein bisschen durch. Jetzt nehm ich ja... Ja, ich bin ein bisschen durch. Jetzt nehm ich ja... Oder von mir ist die Tafel, die halt hier auch Obdachlose hier füttert. Ne, also hier... Ja, also mit Essen versorgt! Ist doch Wurscht jetzt! Vielleicht bin ich halt jetzt nicht klar. Ich sag gar nix wieder. Kann man sein Mikro kurz... Raus! Nein! Ich weiß noch, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst quasi. Guckst du heute heute Abend so in deinen privaten Facebook-Account und alle schreiben sich an, der hat sich schon mitbekommen. Dein Tierheim kriegt gleich voll viel Geld und du guckst so. Was? Und du hast schon aufgegeben mit deinem Tierheim. Mega fett. Nein! 100 Euro! Hör ich so! Das ist der Grund für Geld. Bierwitzel. Aber die Pay-Folge bekommt perfekt. 94. 25. Vielen Dank. Entschuldigung. Ich glaub, ich glaub, die anderen warten. Boah, ja, wir müssen tanzen. Wir müssen, wir müssen tanzen. Ich dachte mal, heute probiere ich mal einen Special-Killer aus. Und zwar nicht ihmchen hier, den ihr gerade seht, aber die anderen drei nicht. Also nicht der Kettensägen-Typ, alles klar? Nein. Einen anderen Killer. Den kennt ihr noch gar nicht. Das... Hä? Hä? Ich glaub, du hast dir Kleidung gekauft. Was ist das denn, Alter? Ich glaub, du hast dir Kleidung gekauft. Alter, was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Ich glaub, er hat den Kettensägen-Mann mit seinem Cowboy-Outfit. Das wäre zu schön. Nee. Der will es nicht. Ich bin jetzt David Hasselhoff als Killer. Curry, 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 Curry. Ihr fand jetzt schon mit den Anfeindungen an. Wir haben noch gar nicht angefangen zu spielen. Wir wollten uns verste... Oh Gott. Wir wollten uns verstehen. Was heißt denn denn? Hast du irgendwie einen Rock an oder so? Was? Niemand... Niemand wird mich ernst nehmen. Niemand wird mich... Ich glaub, ich hab jetzt einfach noch mehr Angst. Hier, hinter dir, Curry. Hinter dir. Hier, hier. Was ist das? Sag ich doch! Ich sag doch! Ich sag es doch! Oh, warum sieht das scheiße aus? Oh, der Ed. Der geht gleich angeln mit seiner Kettensäge. Wie leid ihr denn so? Oh, der Loser, ey! Was? Hat die gerade Loser gesagt? Also, das hab ich nicht gehört. Alter, was ist hier los? Oh, ich muss furzen. Alter. Dieser Hut einfach. So. Ey, Tobi, Mann. Tobi, hast du Klamotten für mich? Sonntags auf der Veranda. Hast du Klamotten für mich? Alter, der Hut. Ich bin nackt aufgewacht. Ich muss mal so ein Vogelscheuchen nehmen. Wo bin ich hier? Der Hut ist aber wunderschön. Okay, 3-2-1-4-2. Okay, los geht's. Jetzt geht's wieder los. Die ist aus dem Schlussverkauf, aber... Ey, Tobi, Mann. Ey, das kann man nicht sein. Tobi, Mann. Alter, nicht Tobi. Das kann er nicht sein. Da sitzt er einfach vorm Baum. Fass mich nicht an. Spüre meinen prächtigen Haken. Auch die Clint Eastwood, Alter. So. Ha, 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 ha. Machst du da noch Videos darüber? Ja, klar. Oh, die neue Foundation. Für rechten Verfasser. Scheiße! Ah, Entschuldigung. Schöne Reise. Weißt du, wenn man über Tobi das B gegen ein T austauscht, heißt er Toti. Tobi ist jetzt Toti. Ja, Curry, super. Ja, bene, endem mal los. Oh, Curry. Uahhhhhh 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 AAAAAA Hahahaha Geht mit dir! Oh Gott, er hat sein Spiel gefunden, ey Alter, oh geil Er hat sein Spiel gefunden, können wir mal ein anderes Spiel nehmen? Oh, Alter Curry, was ist da los? Hast du grad den Windzug im Gesicht gespürt? Ja, ja Oh, schön Nein! Ja, angetäuscht Curry, was geht? Was geht? Ich weiß gar nicht, wie gut er ist mittlerweile Ah, ich muss meine Taktik ändern, die ist offensichtlich mittlerweile Das ist halt das Problem, du musst dich halt weiterentwickeln in deiner Taktik Ja, das ist wahr Ich weiß nicht Aber der Hut einfach, das macht halt so aus Der Hut ist geil Ich verschaffe mir damit Respekt mit diesem Hut Wenn ich den werfe, ist er wie so ein Ninja-Stern, weißt du? Wie bei James Bond früher Ja genau, der Typ mit dem Hut, der Chinese oder was das war Das Problem ist, er kriegt den Ausgang nicht auf ohne uns Ach ja Lieber Killer, du bist wohl mit uns verbündet Toti, was ist denn los? Verbündet Toti, hilf mir mit dem Ausgang Ne, kannst du nicht Gleich solltest du uns nochmal runterholen Du hast mich ja getötet, ne? Er mit seinem 4-8K-Monitor, Alter, das ist unfassbar Guck mal, da stimmt Kahn gerade Nein, 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 nein Boah, Alter Wir hatten da was, wir hatten uns da was überlegt und müssen aber erst die Spielringe festlegen Jetzt ist er zu blöd Warte 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 Was denn? Börsche GT Warte Warum ist das die DDR-Variante davon? Der Letzte, der Letzte überlebt muss versuchen die Generatoren zu machen Okay, warte, lass noch nicht los Lass noch nicht los Lass noch nicht los Warte mal, wir machen das so Was auch noch Tobi, du willst ja nur eine einfache Flucht haben Ja Darum geht's doch ja gerade Also ich würde sagen, die Regeln, wir gucken halt da Scheiße Schade Schade Weißt du, wenn der Killer ist, ne? Dann ist echt kein Spaß Alter, der Endscreen wieder läuft Alter, was ist das denn? Alter Das sieht aus wie, wie heißt die Holländer noch was sagen? Mungo Junge Alter, das sieht wirklich... Alter, das kannst du doch nicht machen Entschuldigung Ich bin so politisch unkorrekt Oh, ich hab keine Maus Oh nein Äh, wo ist die Maus? Aha Er beobachtet mich Pan, du kannst fliehen Was ist denn... Danke Curry Ey Pan, was ist los? Erstmal fett den Daumen in den Mund geschoben Schön Du hast du doch jetzt noch nicht in die Nähe Das ist so warm vom Curry Au, ich hasse dich Hey, wie was? Warum? Warum das denn? Ne, ich meinte jetzt gerade eigentlich Thomas, aber dich auch Nein, das gibt's doch nicht, ey Oh nein Curryman Das ist doch nicht wahr Danke Boah, ist das krass Curryman 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 Los, Alter Ey, du kannst doch dieses Spiel nicht mit Michael Meier spielen, Mann Du bist doch auch scheiße, ey Ja, das war doch klar Oh, ist das ein Traum, Alter Ist einfach so ein Traum Guck mal, wie ihr euch den Haken hier immer teilt Das finde ich so schön Was ist denn hier? Es ist doch gar nicht Was ist denn los? Das war die schnellste Runde ever Ich will danach noch ne Runde in den Spiel Ja, wir müssen das nochmal machen Ich spieg keine Runde mehr gegen den Was? Tobi, ich bin Der Kinder ist wirklich raus Tobi, ich bin Ich bin traurig Was machst du? Das ist doch Untergang Ich weiß es nicht Nein, warum? Nein Wie konntest du denn? Komm Geh raus, der Herr Reicht mir jetzt hier Komm, ciao Ne, tschüss Ne, reicht Was ist denn los? Was? Alter, was war das denn? Curry, warum? Curry Warum? Curry, nein Das kann doch nicht sein, ey Boah, mein Auge tränt Was ist da los? Curry, willst du den Not machen? Ich habe auch noch nie jemanden erlebt in diesem Spiel, der so viel Glück auf einmal hat Was? Die Runde fängt an, ich lauf rein, gerade in den Schrank, er kommt rum Das war ne relativ kurze Runde Ja Deswegen müssen wir die nochmal machen Was war das denn, Alter, ich hab schon, ich hab Tränen in den Augen Ich weiß gar nicht warum, weil ich, wegen Trauer Ja, genau Ja, genau Trauer Wäre irgendwie lustig, aber Wir verstecken uns im Schrank, der denkt sich also, hä, wie schlecht sind die denn alle? Ja, machen, also wir machen jetzt, wir machen keine Generatoren, ne? Na klar Guckst du, wie ich das mach? Ja, ich gucke genau, wie du das machst Was? Alter Alter Ey, jetzt riecht der sich auch so verärmt Das darf doch nicht Das spielt doch eh keine Rolle Es spielt doch eh keine Rolle Es spielt doch eh keine Rolle Du bist schlimm Wie? Wie abgefuckt bist du bitte? Was? Was ist denn denn aus? Alter Was ist denn los, Alter? Was ist denn los? Was ist denn los? Ihr würd's doch genauso machen Ihr würd's doch genauso machen Ich werde niemals mit der TTT spielen, ich hab jetzt schon keinen Bock Was? Was? Der wird schon dreckig sein, Alter Alter, ich beobachte die nur eine Frau im Generator, das wird ja mal nacht Das ist doch unfassbar, ne? Das ist doch unfassbar, ne? So Ach, leck mir doch die Eier Tobi Wie? Wie? Okay, wenn einer gefunden wurde Das ist doch... Irgendwas hat der doch an Das kann doch gar nicht sein Ich würde nicht Sränke wechseln, wenn einer gefunden wurde Echt? Okay? Hast du gerade die Egel aufgestellt? Nur Vorsitzender Nur Vorsitzender Das war ja Okay, hab ich gemacht Ich bin raus Ey Tobi, mach's gut, ne? Was? Das stimmt doch gar nicht Ey Tobi, wenn du gar nicht dran glaubst, dann brauchst du auch gar nicht mitspielen Wenn du nicht dran glaubst? Was? If you believe in yourself Tumblr Sprung Curry ist voll Tumblr heute, ey Ja, Halleluja 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 Tobi, es tut mir echt leid Was blöd ist, die Schränke sieht man ja auch gar nicht hier Oh ja, du armer Kerl Ja, ich hab's echt schwer Ich hab's echt schwer gerade Oh, ich mag solche Challenges voll Ich find das voll cool Es ist Weihnachten Nobody knows the story I've seen Curry, du hast gewonnen Nee, nee, nee Erlebste noch? Nein Ja, ich sag, er hat gewonnen Nee, nee Er hätte noch den Generator machen können Ach so, scheiße Ach so Was? Ich bin jetzt raus Ich bin jetzt raus Tschüss Ich bin, ich bin bereit Ich bin bereit Wir können spielen Hallo? Aber, aber Spielbeginn in 3, 2, 1 Was? Spielbeginn Ich starte ne Runde alleine Was passiert jetzt? Hä? Wie geht das? Ich starte gerade ne Runde und ich bin alleine Dein Gewissen Dein Gewissen Dein Gewissen Dein Gewissen Dein Gewissen Cheater, Cheater, Cheater Was? Was? Gut, gut Geh ich jetzt Lobby verlassen Wird er da sehen, was er davon hat, ja? Was tut das dann? Ich hab mich mehr heili Oh mein Gott So, dann wage ich auch mal tschüss Und zum ungte hier neue Freunde zum spielen, ne? So mach ich das nämlich So, Freunde Vielen Dank fürs Zuschauen Und bis zur nächsten Folge Doof bei Deadli3te Geh Ihr bist die scheiße, Toni Bis zum nächsten Mal. 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 Lang, lang ist es her. Genau gesagt, der 18.8.2015. Das war der Tag, wo das letzte Gronklacht-Video kam. Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergangen ist. Jetzt gerade zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, haben wir gerade den 19.12. Und wenn ihr es seht, wird es nochmal ein paar Tage später sein. Ja, was war eigentlich los? Ich war ein bisschen minimal im Stress mittlerweile. Ich hatte ja irgendwann mal erwähnt, dass ich ein Studium mache, dual, mit 40 Stunden Woche einem Moment dran. Und irgendwann wurde mir das einfach zu viel. War natürlich ein perfekter Zeitpunkt, natürlich genau mit dem Abonnenten zwischendurch aufzuhören. War jetzt halt leider so. Es tut mir auch mega leid, dass jetzt über ein Jahr nichts kam. Aber ich hoffe, ihr freut euch über dieses kleine weihnachtliche Geschenk. Und ja, es wird wieder weitergehen. Ich habe jetzt wieder mehr Zeit. Mein Studium ist jetzt ab 31.12. offiziell vorbei. Patch-Dot-Tese ist bestanden. Alles rot ran hinter mir. Und jetzt werde ich erstmal ein bisschen mehr Zeit haben. Allerdings weiß ich... Ich möchte jetzt direkt mal eine Sache klarstellen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich haben werde, wie viel Zeit ich mir nehmen kann. Das heißt, es wird keine regelmäßigen Videos geben. Das heißt nicht, ob wir mal regelmäßig zum ersten oder wie es zeitweise gerade bei einem Video zum ersten, einem Video zum 15. Monat. Es wird eher sporadisch sein. Wenn ich es schaffe, ein Video fertigzustellen, kommt es. Wenn ich es gerade nicht schaffe, kommt keins. Aber es kommen wieder welche. Und da bin ich auch selber echt froh drüber. Und ich hoffe, ihr freut euch da auch drüber. Ich hoffe jedenfalls, euch hat dieses Video gerade gefallen. Ich weiß... Ich nehme diese Audioaufnahme gerade etwas sehr spontan auf. Weil ich einfach Lust hatte, da was zu sagen. Jetzt habe ich keine Ahnung, was ich sagen soll. Das finde ich super gerade. Ne, ähm... Ich denke mal, das Wichtigste habe ich gesagt. Also Videos kommen eher sporadisch. Und ich hoffe, ihr habt ein paar schöne Weihnachtstage. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und viel Spaß mit den dann noch kommenden Videos. Tschüss. Schönen Abend, Tag, Morgen, Nacht oder was auch immer, wann ihr das gerade guckt. Euch noch. Tschüss.